Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Und wenn dich interessiert, was in der My Little Box in diesem Monat enthalten ist, dann schnappt den Kaffee in den Keks, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns gleich wieder. Für alle diejenigen, die die My Little Box nicht kennen, das ist eine monatliche Abo-Box. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist eine meiner Lieblingsboxen, weil man merkt von Anfang bis Ende immer dieses Vieh-Liebe zum Detail. Und das spiegelt sich auch heute oder diesem Monat wieder in dieser Box dar. Es ist jeden Monat anders. Entweder haben wir ein Täschchen oder ein Säckchen. Und diesmal haben wir diese Schubladenbox in einem schönen weihnachtlichen Grün. Und ich habe natürlich schon reingedunst, ich bin ja nicht neugierig. Und ich muss sagen, ich finde die Box richtig, richtig schön. Und wie gesagt, wenn du diese Art von Unboxing-Videos gerne magst, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Und dann öffnen wir gemeinsam die My Little Box vom Dezember. Der erste Blick, also ich muss sagen, richtig schön. Dieses Grün gefällt mir richtig gut. Ich bin heute in einem Gelb mit Grün, das passt richtig gut. Ich finde die My Little Box wirklich richtig toll. Und so Säckchen sind da immer wieder drin. Gefällt mir richtig gut. Wir fangen aber mal mit dem ersten an. Und zwar ist es wahrscheinlich wieder von My Little Box direkt. Das steht ja nochmal da unten. Die haben ja auch eine eigene Marke, die My Little Beauty Marke. Und die Sachen kannst du dann preislich auch nicht betiteln. Das ist aber jetzt völlig wurscht. Wir boxen hier mal an. Oh, oh. Schaut mal. Ein Pinsel. Und Pinsel gehen ja immer. Ich habe jetzt gerade zwei wieder ausgesortiert. Und ich finde, das hat so einen Rosé-Rosa-Ton. Ein sehr fluffiger Pinsel. Auf jeden Fall sehr weich. Für Highlighter, für Blush, für Rouge oder Bronzer finde ich das auf jeden Fall richtig schön. Für dieses erste Produkt muss ich ganz ehrlich sagen, Daumen nach oben. Ist auch wieder in dieser grünen Ton-Geschichte und in einer so kleinen Schachtel. Letztes Mal oder vorletztes Mal waren die Ohrringe drin, die ich heute auch um habe. Und ich muss sagen, ich liebe die. Ich finde die so schön. Ich könnte mir die noch ein paar mehr kaufen, auch wenn das jetzt nur Modeschmuck ist. Und schaut mal, wir haben wieder Schmuck drin. Aber richtig schön. Und zwar zwei Armbänder. Die finde ich richtig toll. Passt zwar jetzt nicht zu meinen Stoffarmbänden, aber das finde ich richtig gut. Die kann man verstellen. Machen wir es mal gerade mal um und schauen mal, wie das ausschaut. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Modeschmuck. Allerdings diese Ohrringe von der My Little Box, die werden nicht schwarz. Also momentan bei mir noch nicht. Und ich tue sie auch immer zum Duschen oder wenn ich ins Bett gehe, tue ich die abmachen. Und das sind die zwei Armbänder. Also das ist nicht, das ist nicht mehr so schön. Das war mal in der Trendräderbox, aber ich liebe das. Und einmal so eine Armbänder. Ich liebe ja Armbänder. Ich mag das einfach. Ich habe zwar momentan keins, aber finde ich richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Gut, dann haben wir weiter und zwar einen Flyer drin. Und zwar einen Geschenkgutschein im Wert von 15 Euro. Ab einem Einkaufswert von 31 Euro finde ich von der Idee nicht schlecht. Ich habe letztens auf der Webseite von Mac geschaut, weil ich wollte einen bestimmten Lidschatten haben. War alles ausverkauft. Und ich bin schon dafür, für solche Gutscheine. Aber nicht, wenn es einen Mindestbestellwert hat. Da bin ich absolut kein Fan davon, weil das ist dann so wieder gezwungen. Dieser wird auf jeden Fall in die Dezemberverlosung reingehen. Weil, das hat nämlich auch einen Grund. Und zwar, der geht nämlich nur, jetzt lasst mich gerade schauen, bis 31. Januar 2022. Also das heißt, seid aufmerksam. Demnächst kommt wieder eine Verlosung im Dezember. Mitte des Monats läuft die dann immer. Und da wird auch dieser Gutschein mit drin landen. Ich finde ihn vom Prinzip her nicht schlecht. Aber nachdem das, was ich gern haben wollte, nicht verfügbar war, möchte ich auch nicht unbedingt da auf Teufel komm raus, was da jetzt irgendwas bestellt. Deswegen kriegt das auf jeden Fall mal einer von euch in eines meiner nächsten Lidschatten. Ich komme die hier zu diesen Säckchen. Und ich muss sagen, das werdet ihr nicht sehen. Der hat eine richtig gute Stoffqualität. Also richtig schön. Ich liebe ja diese Säckchen. Das ist schön, wenn man mal was verschenken möchte. Oder wir haben zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind, mal Batterien drin. Oder Kabel fürs iPhone. Und da sucht man nicht ewig in der Tasche rum. Und auch hier haben wir drei Produkte. Und das erste Produkt ist auch wieder von der My Little Beauty Geschichte. Und zwar einen Toner. Das finde ich richtig spannend, weil ich liebe Toner. Ich habe derzeit einen von Lünia, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Finde ich richtig gut. Und die Produkte von der My Little Box, muss ich ganz ehrlich sagen, die kann man ja nicht nachkaufen. Finde ich auch richtig qualitativ hochwertig, muss ich sagen. Ich habe da noch nie ein Produkt gehabt, wo ich gesagt habe, das war jetzt gar nichts. Also zumindest kann ich mich nicht mehr erinnern. Und deswegen werde ich den auf jeden Fall sehr gerne testen. Das nächste Produkt handelt sich um die Firma Tarte. Eine Mascara. Die Firma Tarte ist ja auch eher hochpreisig. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich jetzt das Packaging. Also es spricht mich jetzt persönlich nicht so an. Das sieht eher aus wie so aus einem billigen Adventskalender. Aber die soll sehr gut sein. Deswegen werde ich die natürlich sehr gerne testen. Bin gespannt, ob sie gut ist. Ich weiß natürlich nicht, wann ich dazu komme. Finde ich aber grundsätzlich. Das ist mein Hauptprodukt, was ich immer trage. Ich trage immer Wimperntusche. Also da kann die Welt untergehen. Ich trage Wimperntusche. Und deswegen freue ich mich trotzdem, dieses zu testen. Und letztes Produkt aus diesen kleinen Tütchen ist nämlich von MAC ein Eyeshadow. Ich persönlich mag nicht so gerne diese Monolidschatten. Ich habe von MAC tatsächlich noch keine. Und ich habe auch überlegt, ob ich den nicht einfach mal behalte. So, jetzt kriege ich ihn gar nicht raus. Er ist total niedlich. Aber ich weiß jetzt schon, also die Farbe ist wirklich richtig schön. Man könnte den vielleicht auch als Highlighter verwenden. Ich finde den wirklich richtig schön. Das ist die Farbe Frost. Aber ich weiß, der wird in meinen Schrank irgendwo verloren gehen. Und ich werde den nicht verwenden. Die MAC Lidschatten, die MAC Produkte, die sind wirklich sehr gut. Aber auch der wird mal weiter wandern. Und wann, das werdet ihr denn beim nächsten Video sehen. Die Fazel zu der Dezember My Little Box. Ich bin total happy. Es sind, wie gesagt, Produkte dabei, die ich definitiv nicht behalten werde. Das ist für mich aber völlig in Ordnung. Ich finde dieses Gesamtspiel dieser Box mit diesen Tütchen, mit diesen Schächtchen, finde ich einfach immer wieder schön. Und auch die Umverpackung, diese Box, die wird bei mir bleiben. Also diese hier im Endeffekt, die wird bei mir bleiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese E-Mail bekomme, deine Box ist unterwegs, da freue ich mich schon immer. Und ich schaue schon, ob es irgendwelche Unboxings gibt. Und ich habe eigentlich gefühlt auch noch keine schlechte Box gehabt. Es gibt immer wieder Boxen, wo man sagt, naja, hätte jetzt besser sein können. Aber das ist immer jammern auf hohem Niveau. Und ich bin dafür für happy mit der Box. Und ich würde sagen, schaut einfach bei einem kommenden Video mit rein. Da gibt es wieder eine Verlosung. Und zwar ist das nämlich unser Mini-Gewinnspiel für den Dezember. Seid da gerne dabei. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der darf das jetzt gerne tun. Das ist kostenfrei, tut nicht weh und unterstützt mich einfach. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt hier dieses Video. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und kleine Erinnerung, am 30.12. startet wieder unser Kleeblatt. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr bei mir und den anderen ein bisschen Liebe da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Nachmittag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Heike. Bis zum nächsten Mal.